Ausschreiten. Fahrt zur Hölle. Sie haben keine Chance. Holt einen Leichensack. Ich hab sie im Visier. Wir müssen alle mal sterben. Ihre Zeit ist abgelaufen. Und weg bin ich. Das war's. Licht aus. Ich brauche mehr Saft. Rein da. Es fing gerade an Spaß zu machen. Wer braucht schon Deckung? Wo bleibt die Verstärkung? Verbrannte Erde. Auf brennendem Eis bin ich der Unsichtbarkeit. Wahrefeind. Es herrscht Alarmstufe Rot. Und sie sind alle zum Töten freigegeben. Ich bin in deinem Kopf. Eng hier. Wir sind seelenverwandt. Auf der Kugel hier steht dein Name. Mist, daneben. Gut, dass dein Name auch auf der hier steht. Okay. Aber auf der hier. Mann. Wie zur Hölle heißt du überhaupt? Willkommen zum ersten Teil unserer Aggressionstherapie. Sprechen Sie mir nach. Die Wut bestimmt nicht über mein Leben. Die Wut bestimmt nicht über mein Leben. Die Wut bestimmt nicht über mein Leben. Das hast du gerade schon mal gesagt, du Miststück! Ich packe die fiesen Tricks aus. Gibt's ein Problem damit? Ich bin erwacht. Herr damit. Nährt meine Wut. Er leuchtet mich. Ich hab das Warten satt. Na los jetzt. Immer einen Schritt voraus. Gnade ist für die Schwachen. Die Zeit ist gekommen. Die Zeit ist gekommen. Bin schon dabei. Geht mir einfach aus dem Weg. Ich spüre ihre Angst. Geht mir einfach aus dem Weg. Vielen Dank.